Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einem großen Nostalgie-Trip. Ich heiße euch nämlich herzlich willkommen zur FIFA 12 Karriere. Es ist wirklich unglaublich für mich, dieses Spiel gestartet zu haben. Dieses Spiel hier markiert den Start meiner FIFA-Laufbahn. FIFA 12 war das allererste FIFA-Spiel, was ich gespielt habe, was ich auch selber besessen habe. Wenn man mal FIFA 2006 für den Nintendo DS, was ich mal bei einem Kumpel damals gespielt habe, mal außen vor nimmt, war das hier, wie gesagt, das erste richtige FIFA, was ich damals angefasst habe. Und ich sag euch, als ich das Spiel gestartet habe, es fing schon damit an, dass ich die PlayStation 3 wieder aufgebaut habe. Nach gefühlten Jahrzehnten habe ich die wieder aufgebaut, entstaubt, angeschlossen, natürlich mit Problemen und so. Ich musste einen HDMI-Splitter dazwischen setzen und so weiter, aber das ist alles, das interessiert euch alles gar nicht. Dann dieser Startbildschirm, die Sounds von der PlayStation zu hören, das Spiel einzulegen, das Spiel zu starten, die Musik der Spiel zu hören. Ich sag's euch, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich hatte Pippi in den Augen. Ich hatte Gänsehaut sowieso am ganzen Körper. Ich hab nicht mal gewusst, dass ich Haare an manchen Stellen habe, aber durch die Gänsehaut habe ich das dann kennengelernt. Ich sag euch, mir ging's, als wäre ich ein neuer Mensch gewesen. Unfassbar. Zwölf Jahre ist dieses Spiel schon alt. Und das Krasse ist, statistisch gesehen gibt's die Möglichkeit, dass hier jemand gerade von euch zuschaut, der zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, noch nicht mal gelebt hatte. Zum Beispiel mein Neffe, der guckt viel YouTube, der ist 2015 geboren. Der ist sogar drei Jahre danach erst geboren worden. Und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, weil die Leute, die geboren worden sind im Jahr 2012, als das Spiel rausgekommen ist, sind heutzutage zwölf Jahre alt. Unglaublich. Und das ist wirklich für mich so ein krasser Nostalgie-Trip. Ich hab euch das lang genug vor der Nase hergehalten. Ich hab euch gesagt gehabt, nach EAFC 24, vor EAFC 25, starten wir in eine Retro-Karriere. FIFA 12 wollte ich nehmen, weil es halt einfach, wie gesagt, der Start meiner FIFA-Laufbahn eben ist. Und wir werden welche Mannschaft spielen? Wir gehen hier die Manager-Karriere an. Ihr seht es schon. Wir werden spielen mit Werder Bremen. Selbstverständlich. Es gibt keine andere Möglichkeit als Werder Bremen. Ich habe nämlich in einer YouTube-Community-Post, hab ich euch mal gefragt gehabt, stellt euch vor, ich spiele FIFA 12 auf meinem Kanal, welches Team soll ich halt eben managen? Warum frage ich eigentlich so eine dumme Frage? Natürlich, alle von euch, also nicht alle von euch, aber 80% von euch waren auf jeden Fall überzeugt, bitte spielen mit Werder Bremen. Es gab auch andere Vorschläge. Alemannia, Aachen beispielsweise war als Möglichkeit, fand ich auch bestimmt ziemlich cool. Weil wenn man, guckt euch einfach mal, guckt euch mal alleine die Bundesliga an. Wir haben den 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln, Nürnberg ist mit dabei. Mainz 05, Hoffenheim, Bayer, Leverkusen, München, Dortmund, Gladbach kennen wir ja, Augsburg und so weiter. Schalke ist noch mit dabei, der HSV ist noch mit dabei. Hannover 96 ist hier mit. Hertha BSC ist auch noch da. Das sind Vereine, die hast du schon länger nicht mehr gesehen in der Bundesliga. Oder auch die 2. Bundesliga. Guckt euch das mal an, 1860 München, kennt ihr die Mannschaft noch? Da spielt Kevin Volland, oder wer ist das da? Aigner, Stefan Aigner, Chirali im Tor, der Legenden-Torhüter mit der Jogginghose. Boah, wenn ich die Namen schon sehe, da geht es mir richtig anders. Hier Alemannia, Aachen sehen wir hier zum Beispiel. Braunschweig ist mit dabei, Dynamo Dresden, Eintracht Frankfurt in der 2. Liga, Energie Cottbus. Wow. Also wirklich, da kriege ich Gänsehaut jetzt schon wieder. FSV Frankfurt zum Beispiel. Müsst ihr euch mal vorstellen, die beiden Frankfurter Mannschaften in der 2. Bundesliga mit drin. Kräuter führt mit dem alten Logo. Boah. Ey, das ist wirklich, ich kriege echt Gänsehaut. Ja, das ist jetzt schon wieder, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, Hansa Rostock mit dabei. Ach Leute, was soll ich sagen? Das ist für mich hier gerade wirklich ein extremes Erlebnis. Wie gesagt, selbstverständlich wird es der SV Werder Bremen wieder sein. Ich habe das Spiel ein wenig gespielt im Anstoßmodus. Es spielt sich absolut anders als die modernen Spiele. Ich werde Profi machen, erstmal. Vielleicht werde ich das hochsetzen, aber ich bin absolut nicht, ähm, ja, ich bin absolut nicht drin in diesem Gameplay. Das hat sich wirklich extrem verändert, habe ich gesehen und deswegen lassen wir das so. So, Stadion werde ich selbstverständlich den Namen ändern. Century Park Arena ist nicht so ganz, was wir da haben wollen. Ich mache einfach das Weserstadion. Passt ziemlich gut hier mit rein. So, Weserstadion. Ich glaube, Stadion, Century Park Arena kann man machen mit 43.000, ähm, ja, möglichen als Kapazität. Das ist soweit in Ordnung. Speichern und beenden will ich hier, glaube ich, nicht machen. Wie kann ich denn, wie komme ich denn hier einfach wieder weiter? Ich will, also, ja, das ist mein Stadion. Kann ich jetzt die Speichern und beenden machen? Ich hoffe, ja, doch, das war richtig. Alter, das ist ein bisschen, manchmal, also die Menüführung, ist manchmal ein bisschen crazy, aber ich sage euch, übrigens, Leute, wenn ihr damals FIFA 12 gespielt hattet, okay, hört jetzt mal zu. Ich werde jetzt mal durch das Menü durchklicken. Alleine dieser Sound, dieser Soundeffekt, wenn du vom Menüpunkt zu Menüpunkt klickst, ist für mich so ein Nostalgieschalter, der umgekippt wird. Jetzt hört ganz genau so, passt auf. Alter, ist das nicht bitte ein geiler Sound? Kennen wir das nicht alle von damals? Dieser typische FIFA-Sound von damals. So, pass auf. Genutzte Teams. Ich habe versucht, aktuelle Runterladen zu machen. Geht aber natürlich nicht, weil die EA-Server für dieses Spiel komplett dauernd schon sind. Von daher müssen wir, weiß nicht, Standard und Virtual Pro. Ich weiß nicht mal, was überhaupt Virtual Pro all dem war. Ich mache jetzt einfach mal Standard und Virtual Pro, weil es da eben so drin war. Wie gesagt, Schwierigkeit Profi müssen wir erstmal so lassen. Wir machen weiter, Mannschaft wurde auf Standard zurückgesetzt, geht ja nicht anders. Und jetzt erstellen wir unseren Charakter. Der Vorname, das stimmt, das weiß ich noch. Der Vorname wird ja als Herr gekennzeichnet, geiler Vorname. Wir nehmen natürlich die Man, The Myth, The Machine, Marcel Seine. So. Natürlich können wir den, glaube ich, nicht, können wir den erstellen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir machen hier Deutschland ist meine Nationalität. Vorstandsschwierigkeit gab es damals. Es gibt Profi, Weltklasse, Legendär, ach, Transferbudget im Wochengelder. Lässt den Vorstand nachsichtiger oder weniger milde werden und ändert den verfügbaren finanziellen Rahmen wie folgt. Ich muss mal kurz husten. Also ich glaube, das können wir ruhig bei Profi lassen. 9 Millionen Transferbudget ist, glaube ich, in Ordnung. Also das ist natürlich relativ wenig. Aber vor allen Dingen darf man hier nicht vergessen, die Preise der Spieler sind im Jahr 2012 anders gewesen als heutzutage. Da hättest du niemals für zum Beispiel einen Grealish, den gibt es wahrscheinlich gar nicht in der Datenbank, Alter. Der war da wahrscheinlich noch gar kein Profi, auf gar keinen Fall. Für Jack Grealish zum Beispiel, das ist ein Unding. 100 Millionen Euro wäre der absolute Rekord zum Beispiel gewesen. Da sind wir schon. 6.000 Euro die Woche sollen wir verdienen hier bei denen. Die Klauseln, Alter. Dieser Vertrag wird erneut überprüft, falls sie folgendes hier bezüglich unserer Endplatzierung in der Liga nicht erreichen. Europa League Qualifikation. Wann gab es das das letzte Mal, dass bei Werder Bremen von Anfang an die Ambition die Euroleague ist? Unglaublich. Wir unterschreiben das Ganze. Weiter geht's, Freunde. Unerfahrener Manager eingesetzt. Ich möchte das gar nicht für euch cutten, weil ich möchte das mit euch gemeinsam hier gerade miterleben, wie wir eine komplette neue Karriere hier starten. Der SV Werder Bremen hat heute den neuen Trainer Marcel Seine der Presse vorgestellt. Der Vorschlag bekundete sein großes Vertrauen in diese Entscheidung und freut sich auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Er äußerte sich nicht darüber, welche Geldmittel dem Trainer für Transfers zur Verfügung stehen werden, sagte jedoch zu, genug zur Verfügung zu stellen, um den Verein konkurrenzfähig zu machen. Marcel Seine zeigte sich zuversichtlich. Das ist genau richtig. Wir stellen erstmal eine... Alter, seht ihr diese Menüführung hier zum Beispiel? Kennt ihr das noch? Und wenn ich das hier rauscutten würde, würden wir gar nicht gemeinsam gerade durch diese Nostalgie-Tour durchgehen. Ist unfassbar. YouTube mache ich jetzt einfach mal. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich mal eine YouTube-Karriere mit FIFA 12 machen würde. Das ist meine Kindheit. Ich weiß noch, wie ich damals meine Playstation 3... Ich habe ja Familie in Polen, immer nach Polen in Urlaub mitgenommen habe und dann immer eben diese Karrieren hier gespielt habe. Und guckt euch bitte dieses Menü hier an. Ja, leck mich fett! Guckt euch das mal an hier. Kennt ihr das noch? Alter Schwede. Boah, das kickt schon wieder bei mir alles hier raus. Diese Menüführung hier ist doch wirklich... Da kann ich mich daran ergötzen. Und wenn ich euch gleich nochmal die Mannschaft hier zeige, da kommt ihr nicht drauf klar. Wir spielen die Saison im Jahr 2011. Geht sie los 2011-2012? Wir gehen rein in die Mannschaft und gucken uns an, welche Spieler bei Werder Bremen zu diesen Jahren mit dabei waren. Wir sehen hier die gute, alte, bekannte Werder Bremen-Raute. 4-1-2-1-2 sehen wir dort als Aufstellung. Ich habe so ein bisschen Vorbereitung schon gemacht, weil ich diese Episode ja auch für euch hochladen möchte. Ein paar Transfers schon machen möchte und ein bisschen was euch noch schon hier an Änderungen zeigen möchte. Also auch zum Beispiel die Kader habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Im Kader sehen wir Tim Wiese. Ja, auch the man, the myth, the legend. Ihr wisst, das Wunder an der Weser. Ein Torwart, der gar nicht hätte krasser abstürzen können im Real Life. Damals gefeiert von den Werder Bremen-Fans. Heutzutage missachtet wurde er auch vom Stadion verbannt. Dann hat er versucht, Werder Bremen irgendwie zu verklagen, weil er ein Verbot gekriegt hat und so weiter. Hängt mit Rechtsradikalen rum und bla bla bla. Er hat versucht, Wrestler zu werden und weiß nicht alles. Aber einer der besten Torhüter, den Deutschland zu bieten hatte zu dieser Zeit. Sokrates Papastatopoulos. Der Name ist wirklich unfassbar. Irgendwann haben sie sich dazu entschieden, auch bei FIFA nur noch Sokrates ihn zu nennen. 74 Gesamtstärke, Freunde. Der Typ ist 23 Jahre jung. Wolf, Naldo, Lukas Schmitz, Bargfrede, Fritz, Aaron Hunt, Marco Marin, der deutsche Messi. 1,70 Meter ist der groß. Ich dachte, der wäre sogar noch kleiner gewesen. Der ist ja wirklich relativ groß. Ich dachte, der wäre 1,65 oder sowas gewesen. Claudio Pizarro, auch schon damals 32 Jahre alt gewesen. Schon damals alt bis zum Gegner. Anautovic spielt heutzutage auch immer noch. Aber damals bei Werder Bremen, 22 Jahre jung. Sebastian Mielitz, der bei VfB Oldenburg schon eine Zeit lang gespielt hat. Prödel sehen wir. Mehmet Icici. Wesley. Der Brasilianer darf ja nicht fehlen. Das war aus einer Zeit, wo Werder Bremen immer einen Show-Brasilianer im Team hatte. Ja gut, wenn man mal so einen Alberto da. Wie heißt der nochmal? Der absolute Transferflop. Da Carlos Alberto. Ach, keine Ahnung. Den Namen willst du dir gar nicht merken, weil er war ein kompletter Flop und so. Aber du hast einen Diego. Du hast hier Wesley halt eben gehabt. Sandro Wagner. Heutzutage als DFB-Legende quasi. Bei Werder Bremen unter Vertrag gewesen. Tim Borowski sehen wir hier. Rosenberg. Kennt ihr den noch? Absolute Werder Bremen-Legende. Lennarty. Injowski sehen wir. Ach, das ist einfach. Diese ganzen Namen hier zu sehen. Guck mal, Felix Groß war damals ein ZOM. Da war mal ein Zehner. Das ist der Bruder. Ihr wisst schon ganz genau. Vom Tony. Genau, richtig. Hier sehen wir auch übrigens Brüder. Stefanovic 2. Ich sag euch wirklich, diese ganzen Namen, das ist, das ist schon wieder, da geht's mir schon wieder anders. Ich sag's euch, das, ach, da krieg ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich schon wieder einfach nur die Namen sehe. Das reicht mir schon. Balogun und so weiter. Silvestre, auch eine Legende. Franzose. Ja, und wie gesagt, ich hab mir so ein paar Gedanken gemacht zu der Mannschaft. Ich werde eben ganz kurz die Mannschaft nämlich so umformieren, wie ich es für richtig halte. Ihr könnt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ich werde euch auch gleich ein paar Transfers zeigen. Aber erstmal mache ich jetzt den Kader, so wie ich mir den vorbereitet habe für euch. Als Formation habe ich mich dazu entschieden, eine etwas modernere Formation zu nehmen, nenne ich das mal, mit einer Dreierkette. Ich weiß, man könnte theoretisch auch die Werder Bremen Raute, um das Ganze noch nostalgiemäßig aufrecht zu erhalten, weil die legendäre Werder Bremen Raute aus der Zeit, wir kennen sie alle, das würde von der Aufstellung her auch ganz gut passen. Aber ich dachte mir, ich glaube, das passt auch von den Spielern, die wir so haben, ein bisschen besser, wenn wir eben auf eine Dreierkette setzen und dann relativ viel im Mittelfeld agieren mit zwei Stürmern da vorne mit drin. Weil ich glaube, sowohl Pizarro als auch Onautovic möchte ich nicht als Stoßstimme alleine einsetzen. Ich glaube, die werden ganz gut funktionieren, gemeinsam. Ja, und wie gesagt, die Mannschaft funktioniert, glaube ich, ganz gut so, auch mit den Transfermöglichkeiten. Auch die Ideen, die ich habe für die Transfer, für die Transfers, ist, glaube ich, die Mannschaft mit dieser Aufstellung ganz gut besetzt. Wie gesagt, ihr könnt mir euren Input weiter in den Kommentaren schreiben, selbstverständlich. Ich zeige euch eben ganz kurz hier die Mannschaft. Ich meine, die könnt ihr euch halt eben selber anschauen. Die Innenverteidigung ist besetzt mit Papas Otopoulos, Naldo und Prödel. Die Mittelfeldbesetzung, hier wird sich ein bisschen was verändern. Zum Beispiel Tim Borowski wird wahrscheinlich nicht bleiben hier als Stammkraft. Ist auch schon ein bisschen älter, der Kollege. Distanzschütze ist er zwar 31 Jahre alt. Wir sehen auch, der kann sehr viele Positionen ablegen. Mir ist sowieso allgemein aufgefallen, im FIFA 12 konnten alle Spieler gefühlt alle Positionen, jetzt guck ich das mal an, wie viele Positionen die Spieler alle spielen können. Das ist eigentlich unfassbar. Hier, Ikichi kann gefühlt auch alles im Mittelfeld. Wesley kann auf einmal Rechtsverteidiger spielen, Borowski kann auch alles im Mittelfeld. Aaron Hunt kann auch im Sturm alles mögliche spielen, was ja auch irgendwie der Wahrheit entspricht. Aber ich habe das Gefühl, in FIFA 12 hat man die Positionen so überall bei jedem Spieler so hingeschmissen, weißt du? Und in den heutigen Spielen musste das halt irgendwie anlernen mit den ganzen Trainingsplänen und so, dass die Spieler da irgendwie höchstens zwei Positionen spielen können oder sowas. Weiß ich nicht, ist mir zumindest irgendwie aufgefallen. Die Bank habe ich auch soweit sortiert, so wie ich das für richtig halte. Ich kann euch sagen, also zum Beispiel Silvestre kann auch die Innenverteidigung übrigens spielen. Mit 1,83 ist er auch groß genug, dass ich ihm zutraue, da zu spielen. Der ist aber schon 33 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange der halt eben bleiben wird. Habe auch hier die Reservespiele alle halt eben soweit sortiert. Ich weiß, es tut ein bisschen weh. Ich glaube, Clemens Fritz, wie gesagt, es tut schon weh, den hier halt als Reservespieler drin zu haben. 30 Jahre alt ist er halt eben schon. Der ist jetzt auch nicht mehr der Schnellste unbedingt und so. Hat mit seiner 74-Stärke zwar einen ziemlich guten Wert, der auch hier mancher halt eben übersteigt und sowas. Ich könnte ihn theoretisch über Silvestre, aber dann habe ich halt einen Innenverteidiger weniger. Und wir haben ja gar keinen Außenverteidiger. Deswegen habe ich mich für Silvestre halt eben eher dort entschieden. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht ganz genau, was ich mit Clemens Fritz hier machen soll. Und sonst, ja, ihr seht schon, wie halt den Tier so alles da rumsitzt. Wir haben relativ viele Stürmer. Wir haben auch relativ viele Mittelfeldoptionen. Ich weiß zwar, dass die alle, wie ihr auch sehen könnt, von den Positionen her auch theoretisch auf den Flügeln spielen können. Also linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Aber da sind wir nicht allzu gut besetzt eigentlich. Wie gesagt, wir können Felix Groß zum Beispiel dort auch einsetzen. Das ist kein Problem. Ich weiß gar nicht, wie es mit seinem Tempo aussieht. Ist halt auch so mittelmäßig. Aber ich glaube, wir müssen uns auf dem Transfermarkt auch anschauen, dass wir uns Spieler holen, die Aaron Hunt und Mehmet Ikichi hier ersetzen können. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig. Ja, aber apropos Transfers. Da gehen wir auch nochmal ganz kurz rein. Da habe ich nämlich auch ein paar Ideen. Ich habe mal ein bisschen mein Budget angepasst, sodass wir ein vernünftiges Gehaltsbudget haben. Aber vor allen Dingen auch so ungefähr 10,5 Millionen Euro an Transferbudget. So viel Gehalt brauchen wir nämlich auch gar nicht. Also die Spieler werden nicht Unmengen halt eben verdienen wollen. Wenn wir hier auf Spieler kaufen gehen, kann ich euch sagen, gibt es schon direkt eine Überraschung. Weil das Menü hier kennt ihr vielleicht auch noch von damals. Hier ist es noch so gewesen, da gab es keine Scouts. Es gab nicht die Möglichkeit, einen Spieler zu suchen. Du hast schon direkt alle Stats von dem Spieler gesehen. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wir machen mal Suche starten. Wir suchen jetzt jeden einzelnen Spieler im Spiel. Ich glaube, da gab es noch die Information, glaube ich, von wegen, hey, das sind zu viele Spieler bei dieser Suche und so. Deswegen, genau, nur die ersten 150 Treffer. Guckt euch das mal an. Oh, die ganzen Namen. Die ganzen Namen. Alter. Lionel Messi, 24 Jahre jung. Cristiano Ronaldo, 26 Jahre jung. Alter. Ich darf mir das gar nicht anschauen. Arjen Robben. Wayne Rooney. Guck mal, Arjen Robben hat einen Marktwert von 38,5 Millionen Euro. Das ist ein Spieler mit 90 Stärke. Nicht mal 40 Millionen Euro ist der wert. David Villa, Casillas, Wittich. Boah. Shesh Fabrias, Piquet, Wesley Snyder. Der tut mir so leid, ne? Damals eigentlich ein Kandidat gewesen für den Ballon d'Or. Hat den aber leider nicht gewonnen. Hat den ganzen Spieler hier zu sehen. Ich könnte eigentlich, glaube ich... Alter, Samuel Eto'o. Carlos Tevez. Franck Ribery. Luca Modric. Der hat noch gespielt bei Tottenham. Zlatan, 29 Jahre jung. Ich könnte mit euch, glaube ich, eine ganze Episode einfach nur durch diese Liste hier durchscrollen. Oh, Basti. Und könnte eigentlich nur noch in Erinnerung schwelgen. Ist das der Wahnsinn oder was? Raphael van der Vaart. Ey, das ist wirklich doch unglaublich. Da haben noch Frank Lampard und Steven Gerrard gespielt. Ich glaub's nicht. Mario Gomez. Falcao, 25 Jahre jung. Gareth Bale. Guckt euch mal, wie der aussieht. Heute ist er Golfer. Alter, ist das krass. Wow. Ja, und da hast du halt schon alles gesehen von den Spielern. Also du könnt... Nee, um Gottes Willen. Da will ich nicht reingehen. Ich kann den sowieso nicht kaufen. Aber hier, Spielerbiografie. Ihr seht schon, ne? Also damals konntest du hier wirklich alles vom Spieler eben schon sehen. Da gab es nicht sowas, dass du einen Scout losschickst, den Spieler eben erstmal scoutest und sowas. Und wie gesagt, ich hab mir halt eben Gedanken gemacht. Pass auf. Also. Ich hab ja schon vorhin gesagt gehabt, dass zum Beispiel Borowski so eine... ...eine kleine Nadel bei mir im Auge ist. Ähm. Also dass Borowski, glaub ich, ersetzt werden soll. Und wisst ihr, wen ich dafür habe? Pass mal auf jetzt hier. Nachnamesuche. Und es wurde auch tatsächlich in die Kommentare geschrieben von meinem Community-Post auf YouTube. You. Nu. So. Witsch. Slutko. Yunusowitsch. Von dem hab ich ein Trikot. Hängt hier tatsächlich in so einem Glasrahmen bei mir drin. Und Slutko Yunusowitsch, den gibt es auch in FIFA 12. Und der ist sogar relativ jung. Sogar relativ stark. Besser als Borowski. Weil Borowski wird halt eben nicht mehr besser. Da sehen wir schon 74 Stärke. Guck mal, wie jung der da ist. Sieht 23 Jahre. Jung wird noch besser. Hat nicht so einen hohen Marktwert. Heißt also, den können wir uns auf jeden Fall halt eben leisten. Wir können ja schon mal so ein bisschen was hier runtergehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Verhandlungen damals waren. Wie schwer das Ganze auch war. Wir machen mal 3,5 Millionen Euro. Wir gucken mal, was da vielleicht für eine Antwort zurückkommt. Aber Slutko Yunusowitsch, der kann auch ZM spielen. Der wäre für mich eine Möglichkeit, um Borowski dort eben zu ersetzen. Wir werden selbstverständlich auch Spieler verkaufen. Da gehe ich auch gleich nochmal rüber mit euch. Aber jetzt heißt es, den nächsten Spieler, wo ich mir Gedanken gemacht habe, zu holen. Und zwar, in der Innenverteidigung sehe ich auch eine kleine Schwäche. Klar, wir haben da ziemlich gute, wie zum Beispiel Naldo stehen. Der eine 80 Stärke hat, keine Frage. Den werde ich auch spielen lassen. Wir haben Sokrates Papastopoulos, der auch mit 74, also 74 ist zwar nicht wirklich viel. Wir wollen ja die Euroleague erreichen. Da ist 74, wie ich finde, nicht stark genug. Und Prödel mit seiner 72 auch absolut nicht stark genug. Was ich noch weiß von damals ist, auch ein Bremer Spieler ist er geworden. Dass Luca Caldirola tatsächlich einen sehr guten Caldirola. Dass der tatsächlich ein ganz gutes Potenzial hatte in diesem Spiel. Ich habe das auch nochmal gegengecheckt gehabt, weil ich hatte das einfach noch in Erinnerung von damals. Und ich weiß auf jeden Fall, Caldirola war ein gutes Talent in der Innenverteidigung. Er hat, glaube ich, eine 70 Stärke von Anfang an. Können wir uns gleich nochmal anschauen, weil wir ihn gefunden haben. 69, sogar 20 Jahre jung ist er aber. Und ich glaube, der wird auf jeden Fall über 80 halt dem kommen können. Das wäre also jemand, den wir einsetzen können für zum Beispiel Papastopoulos oder so. Den könnten wir verkaufen für mehr Geld. Können dann in andere Spieler vielleicht investieren. Und er ist dann jemand, der sich dann verbessern kann, um in der Zukunft eben besser zu werden. Weil ich habe es nochmal, wie gesagt, nachgecheckt, gegengecheckt. Und der wird auf jeden Fall ein Talent werden. Und das ist auch cool, Luca Caldirola eben zu kaufen. Weil er hat halt eben auch im Real Life bei Werder Bremen gespielt. Wir machen mal 1,9 Millionen Euro. Bei Inter Mailand war er dort halt eben aufgesetzt. Das sind die einzigen zwei Ideen, die ich habe tatsächlich bis jetzt. Das ist nicht wirklich spannend. Habe aber auch nicht so mega Gedanken gemacht, weil ich euch ja auch hier mit einbeziehen möchte. Und deswegen müsst ihr mir natürlich eure Ideen auch in die Kommentare schreiben. Ja, und jetzt zu den ersten Ideen, die ich ja habe für den Transfermarkt, was unsere Spieler betrifft. Und einige Spieler, die ich auf die Transferliste gesetzt habe. Ich weiß noch, wie ich damals auch immer die beiden Stefanowitsches hier auf die Transferliste gesetzt habe. Weil die hatten für mich, wenn ich mich recht daran entsinnen kann, nie so das Potenzial gehabt, dass die wirklich zu einem sehr guten Spieler eben werden. Kann mich da auch täuschen. Aber das ist so das, was ich von der Vergangenheit eben so weiß. Deswegen habe ich sie meistens dann immer sofort verkauft. Weil die auch relativ gutes Geld für uns bringen können. Bönisch sehe ich bei uns auch keine Möglichkeit, dass er sich irgendwie durchsetzen kann. Den Außenverteidiger brauchen wir bei uns in der Mannschaft nicht. Dadurch, dass er noch relativ jung ist, auf jeden Fall, kann er uns einen guten Preis halt eben bringen. Ist eigentlich wirklich unglaublich. Guckt euch das mal an. 24 Jahre jung, 71 Gesamtstärke und der kostet in Anführungszeichen nur eineinhalb Millionen Euro. Das ist heutzutage gar nicht denkbar. Ajik ist auch so jemand, der bei uns keine Chance mehr haben wird. Mit 21 ist er auch schon zu alt, um wirklich extrem explosiv noch irgendwie eine Stärke zu bekommen. Balogun habe ich auf die Transferliste auch reingesetzt. 23 Jahre alt ist er schon bei 64 Gesamtstärke. Der bringt uns wirklich gar nichts mehr. Yildirim habe ich dazu entschieden zu verleihen. Weil wir können gar nichts anderes mit ihm machen. Wobei, ich habe eine Kurzleihe aus Versehen drin. Ich glaube, ich kann ihn aber, genau, verleihen für die ganze Saison. Weil ihr seht ja schon, Status, wo ich das gerade rausgesetzt habe, hier an der Seite, diese Saison gekauft. Wir können ihn also nicht verkaufen, aber bei ihm sehe ich auch nicht wirklich eine Zukunft. Tom Tribul ist jemand mit sehr viel Potenzial. Den möchte ich auch verleihen. Der kann also wiederkommen mit einer richtigen Steigerung. Dasselbe gilt auch für Florian Hartherz. Den Rest möchte ich erstmal so lassen. Ich möchte nämlich gucken, wie die Mannschaft aussieht, nachdem diese Transfers hoffentlich durchgegangen sind. Und vielleicht kommt ja sogar noch irgendwie ein Angebot von jemand anderem für einen Spieler, den wir nicht so auf die Liste drauf gesetzt haben. Wir sehen übrigens schon hier die Schlagzeilenartikel. Junusowitsch verwechselt zu Werder Bremen. Es geht schon direkt los, dass halt schon direkt die Presse davon Bescheid weiß, dass wir hier Junusowitsch kaufen möchten. Ich simuliere jetzt mal vorwärts mit euch. Wir sind schon unten bei den Testspielen. PSG erwartet uns als Testspiel total gestört. Ich bin nämlich mal gespannt, ob vielleicht jetzt hier, wenn ich einen Tag schon vorsimuliere, die ersten Nachrichten reinkommen. Und Böhnisch sucht neue Vereine. Guck mal, was jetzt hier alles so abgeht. Pass mal auf jetzt hier. Nationales Pokalziel. Wir sehen. Viertelfinale. Herr Seine, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, über unsere Chancen im Nationalpokal. Uns wäre ein richtiger Pokal aufrecht und würden das begrüßen, wenn sie folgendes erreichten. Viertelfinale. Schwierig, vor allen Dingen bei das Liga-Ziel. Wir sehen es hier nochmal. Euroleague-Qualifikation ist, Alter. Und ich finde, mit so einer Mannschaft ist das wirklich schwer. Weil wir sind von den Spielerstärken her echt nicht mega gut. Und der Transfermarkt ist offen selbstverständlich, aber es gibt noch leider keine Angebote für uns. Mehrere Tage sind vergangen. Jetzt sind die Angebote zurückgekommen. Zumindest Angebote, die wir losgeschickt haben. Und beide wurden erstmal rigoros abgelehnt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Das hat ja richtig was gebracht. Okay. Ablösesumme war zu niedrig für Junusowitsch. Ist okay. Ich habe ja auch mich so ran getastet. Wir haben nämlich gesagt, es gab 3,5 Millionen Euro. Die haben das abgelehnt. Ich würde sagen, dann machen wir mal 3,75. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie hart das hier war mit den Verhandlungen und so. Das müssen wir uns halt eben nochmal so anschauen. Wir sehen Meinungsgeschäftsführer oben rechts noch. Dieser Spieler hat einen Stammplatz. Möglicherweise müssen wir also unser Angebot. Okay. Okay. Müssen wir wohl, ja. Dankeschön. Aber okay. Wir wissen zumindest, dass er einen Stammplatz hat. Das würde also bedeuten, dass es nicht einfach wird, den für wenig Geld eben zu bekommen. Genauso wie Karl Diroler wurde auch abgelehnt. Leider. Dann machen wir mal dasselbe von der Steigerung ungefähr. Dann machen wir mal 2,15 und schicken das Ganze mal ab. Es kamen noch keine Antworten für unsere Anfragen. Aber es gibt anscheinend Anfragen für unsere Spieler. Zürich möchte nämlich Balogun haben. 400.000 Euro, bin ich ganz ehrlich. Da brauche ich gar nicht so groß irgendwie rumverhandeln mit denen und so. Machen wir auf jeden Fall. Der hat überhaupt keine Zukunft bei uns. Ajik für eine Million Euro. Ich weiß gerade gar nicht. Sein Marktwert liegt bei 1,1 Millionen Euro. Ja, könnte man theoretisch ablehnen. Warten, dass sie ein besseres Angebot halt eben machen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, also ich meine, das ist viel Geld. Hier in dieser Karriere ist das viel Geld. Ob die jetzt eine Million Euro hast oder eineinhalb Millionen Euro zum Beispiel. Von daher, ich glaube, ich sage sogar lieber nein. Ich glaube, wir können mehr für ihn kriegen. Warte mal, wie alt bist du denn nochmal? Der hat eine Stärke 21 und 65 Stärke. Ich glaube nicht, dass die unbedingt hochgehen werden. Wir werden einfach mal beides hier annehmen. Balogun war ja schon 23, genau richtig. Ich glaube, das ist schon okay, wenn wir das halt ihm direkt so losschicken und so. Das ist ja auch, wie gesagt, gutes Geld halt für uns, um vielleicht dann nochmal im Transfermarkt so ein bisschen, ja, so unsere Fühler auszustrecken. Ihr könnt mir ja auch Transferziele in die Kommentare schreiben. Selbstverständlich, wenn euch irgendein Spieler einfällt aus dieser Zeit eben, der ganz gut in die Mannschaft reinpassen würde. Ihr könnt dann am Ende der Episode dann sehen, wie viel Geld wir halt eben noch dafür übrig haben. So, es wird einfach weiterhin abgelehnt. Wir haben den Spieler aber verkauft. Da gucke ich zuerst rein. Es ist der Ajik, der verkauft wurde für eine Million Euro wichtiges Geld, was wir jetzt nämlich hier direkt investieren können in die beiden Spieler. Die Ablösesumme ist immer noch zu wenig, was? Uns wurde klar zu verstehen gegeben, dass aus diesem Geschäft nichts wird. Wie soll ein neues Ziel aus? Du kannst in der nächsten Transferperiode erneut bei ihm probieren. Und bei Kali Rola wahrscheinlich genau dasselbe. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Das ist aber schlecht. Also, die sind sehr, sehr hart von den Verhandlungen her. Und vor allen Dingen wurde gesagt gehabt, in der nächsten Transferperiode. Das heißt also, das wird nichts bis zur Wintertransferperiode. Ach, du Scheiße. Und ich glaube, ich möchte bei Junusowitsch tatsächlich bleiben für die Wintertransferperiode. Den möchte ich unbedingt in der Mannschaft haben. Ich bin ja ein großer Fan von ihm als Spieler. Wie gesagt, ich habe ja auch ein Trikot von ihm unter anderem. Aber ich werde Ausschau halten nach einem Innenverteidiger. Ich glaube, dann müssen wir erstmal mit Borowski bleiben, außer ihr habt eine bessere Idee für die Position. Innenverteidiger habe ich auch jemanden. Vielleicht kennt ihr den vom Namen her sogar noch. Ich werde jetzt nichts zu dem Namen her sagen. Ich werde ihn einfach nur hier eingeben. Es ist nämlich Jan Kirchhoff. Kennt ihr Jan Kirchhoff noch? Wahnsinn. Das ist nämlich auch ein guter Innenverteidiger, der, glaube ich, relativ jung hier noch sein sollte hier in dem Spiel. Ich glaube, so 20 Jahre alt ist er, glaube ich. Und hat deswegen auch relativ gutes Potenzial. Passt, glaube ich, auch ganz gut in die Mannschaft. Wir sehen aber, 68 Stärke ist aber nicht allzu gut, ne? 68 ist echt nicht allzu gut. Ne, ne, ich suche einen anderen Spieler raus. Ihr seht schon rechts in der Liste, Robert Huth habe ich gerade gesucht, aber 78 Gesamtstärke aus der Premier League. Ich glaube, der hat einen Marktwert von 8 Millionen Euro. Das ist ein bisschen zu viel, da haben wir kein Transferbudget mehr. Deswegen, glaube ich, mache ich das jetzt mal so. Wir suchen jetzt einfach mal die Spieler, weil, warum sollte ich sie nicht hier einfach suchen und mir die Liste anschauen? Mir wird ja sowieso angezeigt, wie stark die alle sind. Es muss ja nicht immer auch ein Talent sein, vor allen Dingen. Ich mache jetzt mal von 70 bis 100. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Wir machen mal bis 80, so da so zwischen. Und ich glaube, ich suche mal aus der Bundesliga, nicht aus anderen Liga, äh, Ligen. Nicht brasilianisch, Bundesliga. Weil ich habe mir gedacht, warum schauen wir uns das hier an? Wir haben doch sowieso die Möglichkeit, die gesamten Stärken von den Spielern eben zu sehen. Und wie gesagt, es muss ja nicht ein Talent sein. Es kann auch zum Beispiel jemand sein wie Benedikt Höwedes, Jéromel zum Beispiel von Köln, die schon ein bisschen älter sind und so, aber trotzdem stark. Heiko Westermann. Alter, stimmt, da hat er noch Fußball gespielt. Ey, krass. Oh Gott, nee, über den sprechen wir mal besser nicht, aber das war halt eben eine tolle Zeit. Dante. Ohne Afro. Den gab es mal ohne. Daniel van Beuten zum Beispiel. Delpierre Mathieu. Alter, die ganzen Namen hier. Philippe Santana. Krass. Aber genau solche Spieler können wir uns halt eben auch holen. Manuel Friedrich. Holger Badstuber. Sogar noch relativ jung. Wer ist denn Chris? Den gehe ich schon gar nicht mehr. Holger Badstuber finde ich interessant, ehrlicherweise, weil der ist relativ jung, hat jetzt schon 75 Stärke. Ich weiß nicht, ob der gesetzt ist bei Bayern München. Ich kann es mir vorstellen. Daniel van Beuten haben die ja. Aber ansonsten haben sie, glaube ich, da gar keinen. Wenn wir uns die Infantik... Ah, nee, wobei, ja, über 80 natürlich. Ja, die haben ja noch, ähm, ja, zum Beispiel da oben haben wir Boateng zum Beispiel gesehen gehabt. Also ich glaube, den können wir sogar abstauben. Und ich bin auch bereit, für den relativ viel Geld einzusetzen, weil das ist halt jemand, der dann wirklich auch in der Zukunft gut werden kann. Wir machen mal 4,5 Millionen Euro. Ähm, aber da steht auch schon, wir müssen ihn überbezahlen, um ihn loszu... ähm, eisen. Wir machen mal 4, 7, 5. Das ist halt über seinem Marktwert. Das werden sie wahrscheinlich ablehnen und so. Aber ich gucke einfach mal weiter. Wir können ja mehrere Angebote auch schicken und uns dann am Ende halt eben entscheiden. Breno, Alter, auch eine Legende. Der Typ hat doch irgendwie sein Haus abgefackelt oder so, ne? Und ist ins Knast gekommen. War das nicht die Geschichte von dem? Kyriakos Papadopoulos, das Babyface, aber der ist zu teuer. Auch ein Top-Talent, ne? 19 Jahre jung, schon so stark und so. Könnt ihr mal sehen, was Schalke 04 für, ähm, Spieler damals halt eben hatte. Ich hoffe, hier gucken keine Schalke-Fans zu und so. Die fangen ja an zu weinen, wenn sie das hier alles sehen. Hagi, Sereno, kenne ich auch noch. Ömer Toprak! Ömer Toprak! Ach, ist halt auch sehr teuer, ne? Teurer als Badstuber. Fünfeinhalb Millionen Euro, ist ein bisschen krass. Aber wollen auch eine gute Innenverteidigung haben. 21 Jahre jung, kann auf jeden Fall noch besser werden. Ah, ist aber ein bisschen teuer. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Kompakt, kenne ich auch noch. Stranzel. Mike Franz, Junge! Unglaublich, was man hier so sieht. Philipp Wollscheid. Ja, und jetzt gehen wir schon in so eine Richtung halt eben rein, wo die nicht mehr allzu alt sein dürfen. Jeffrey Bruma, der hat ja mal bei Wolfsburg, glaube ich, gespielt, ne? Ja, jetzt werden die schon ein bisschen zu alt und damit halt eben auch zu schlecht, will ich jetzt vorsichtig so sagen. Aber ich bin... Roman Hubnick, ey. Boah, die ganzen Namen, ich sag's euch. Ich glaube, ich versuch's trotzdem auch mal, Ömer Toprak anzufragen. Wie gesagt, er ist relativ teuer. Ach, und wir sehen schon, kürzlich erst bei diesem Verein untergekommen, dann wird sowieso nix. Aber irgendwo würde ich gerne noch ein Angebot halt eben losschicken. Die sind halt leider ein bisschen zu teuer dafür, dass die aber relativ jung sind. Aber es gibt auch ein bisschen ältere. Philippe Santana zum Beispiel ist mir ins Auge gestochen. 3,4 Millionen Euro ist sehr günstig für seine Stärke, 25 Jahre jung. Der kann noch einige Jahre machen. Dieser Transfer scheint... Also, scheint möglich. Ich hab verstanden, scheint unmöglich. Wir machen mal 3,5 Millionen Euro, wir schicken mal die beiden hier los und gucken mal, was da zurückkommt. Oh, warte mal, ich seh hier gerade, Ausleihe könnte Leitner helfen. Moritz Leitner. Warte mal, erst mal... Ach Gott, jetzt passiert hier gerade so viel. Ich bin total im Hype. Vulva Hemden im Transferangebot für Avdic. Dennis Avdic, den haben wir auch auf die Transferliste gesetzt. Der hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Von daher würde ich jetzt mal sagen, nein. Man kann hier damals, wir sehen es hier genau richtig, man kann leider kein Gegenangebot schicken. Ich glaube, das war so, wenn wir nämlich sagen, nein, machen sie einfach von sich aus ein neues Angebot. Und ich mach hier nein, weil der ist auf jeden Fall mehr wert. Und für so wenig Geld lasse ich ihn nicht ziehen. Hier irgendwo unterstellt mich gerade Kevin Großkreuz. Alter, ich glaub's nicht. Äh, das werd ich übrigens über die gesamte Karriere, glaub ich, öfter machen. Dass ich hier einfach Namen sage, deren Namen in nem großen Hype-Ton ausspreche und sage, Alter, kennt ihr den Spieler noch? Weil wir sehen hier, Ausleihe könnte Leitner helfen. Moritz Leitner war auch ein Talent. Und ich will ja jemanden für das Mittelfeld eben haben. Ich weiß nicht, was für ne Stärke der hat. Moritz Leitner, ey, stimmt. Wir gucken mal eben. Leitner. Weil den können wir auch gerne leihen. Wir müssen ja nicht alle Spieler halt eben kaufen. Und Gottes Willen, so viel Geld haben wir auch gar nicht, um alle zu kaufen. Aber ich glaube, der wäre auch jung genug, ähm, dass er sich im Laufe der Saison schon so verbessert, dass er echt ein guter Spieler für uns halt eben werden kann. Damit verbessern wir zwar die Qualität des, eines Rivalenteams. Guck mal, ne, guck mal. 18 Jahre jung, ne? 70 Gesamtstärke schon. Das ist sehr, sehr stark. Ich fand sein Bild immer sehr komisch, weil das so aussieht, als würde sein rechtes Ohr einfach unten am Kinn irgendwo sein. Äh, ich glaube, das machen wir mal. Wir machen mal ne Laie. Ach, Kurzlaie wäre auch nicht schlecht, weil ich will ja dann in der Winterlandsfeierperiode Junusowitsch eben holen. Weil ansonsten wäre das halt eben so, dass, ja, das ist glaube ich auch nicht schlecht, weil dann haben wir nämlich sonst das Problem, dass wenn wir Moritz Leitner nicht auf ne Kurzlaie eben ziehen, äh, dass wir dann ne halbe Saison mit Junusowitsch und Leitner da haben. Dann haben wir zwar wieder ne Möglichkeit, jemanden umzutauschen, also zu wechseln. Komm, wir machen ne ganze Saison. Doch, doch, das hat mich jetzt überzeugt, weil dann haben wir nämlich ne Joker-Option trotzdem noch. Angebotenes Gehalt, das findet er momentan. Das ist auch okay, wenn wir 100% davon übernehmen. Wir gucken mal, der ist eh auf der Transferliste, äh, auf der Leihliste. Also ich denke mal, die haben da nichts dagegen. Guck mal, ich sag ja, wenn du das ablehnst, kommen sie dann mit einem neuen Transferangebot. Oder auch nicht. Unser Angebot auszuschlagen, haben wir beschlossen, den Spieler bei unserer Suche nicht weiter in Betracht zu ziehen. Schade. Also sie sind nicht bereit dafür gewesen, mindestens seinen Marktwert zu zahlen, was irgendwie schlecht ist für einen Premier League-Klub. Falls die überhaupt, waren die überhaupt Premier League oder waren die in der zweiten Liga? Man weiß es nicht. Spieler verkauft, wir sehen. Balogun haben wir verkauft. Auch nochmal ein bisschen Pennies gemacht. Anfrage für die Laie. Wir sehen, achso nur, achso, übermittelt. Oh, wie langweilig. Okay, muss ich weiter simulieren. Transferangebot. Inakzeptabel. Was heißt denn das bitte? Jetzt geben sie sogar eine geforderte Transfersumme. Da sie ein langjähriger Rivale von uns sind, werden sie den Preis wahrscheinlich höher ansetzen, als uns lieb ist. Was? Achso, Grund. Das sagt, achso, na okay, das sagt uns, äh, ne, mit freundlichen Grüßen. Hä? Ich glaube, unser Vorstand hat sich irgendwie dazwischen geklingt. Naja, 5,5 Millionen Euro ist ein bisschen krass. Dortmund hat aber auch abgelehnt. Und zwar Philippe Santana. Einfach nur die Ablösesumme war zu gering. Jetzt ist natürlich die Frage. Machen wir Bayern München oder Borussia Dortmund? Wir haben gerade nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen. Guck mal, wenn ich jetzt 5,5 Millionen Euro nehme. Wir geben das mal ein. Dann sehen wir, haben wir noch ein Transferbudget von 6,4 Millionen Euro. Wir können auch Verkäufe erzielen. So ist ja nicht. Aber schon viel Geld. Ich gucke mal, ob die da mit einverstanden sind. Mal gucken. Ich schicke das mal los. Philippe Santana haben sie auch abgelehnt gehabt. Da haben wir was losgeschickt. Wir haben dort 3,5 Millionen Euro. Dann machen wir mal 3,9 Millionen Euro. Kann ich Unuswitsch vielleicht doch? Ne, kann ich nicht, ne? Hier auch nicht, ne? Schade, ey. Muss man einfach sagen. Ist schade. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt ablehnen und dass ich schon wieder die dann verloren habe. Das wäre ja richtig blöd. Aber immerhin wurde das Angebot zur Ausleihe angenommen. Damit ist Moritz Leitner bei uns. Der erste Neuzugang bei uns in der Mannschaft. Jemand, der jung ist. Und Tim Borowski eigentlich da seine Position strittig machen soll. Vor allen Dingen, weil er halt eben ein gutes Potenzial hat. Oder ansonsten können wir ihn halt eben auch gut einfach als, ja, Top-Joker halt eben benutzen. Neuverpflichtung sehen wir schon. Zum Teammanagement gehen wir mal eben kurz rein. Auch die Menüs sind alles noch ein bisschen langsamer als damals. Aber gut, war ja auch zu erwarten. Florian Trinks muss dafür mal eben ganz kurz weichen. Da ist Moritz Leitner sogar ganz oben. 70 Stärke ist ziemlich gut, wie ich finde. Also auf jeden Fall ist das ziemlich gut. Brauche ich gar nicht drüber diskutieren. Möchte natürlich hier alles sortiert halten. Und ja, Moritz Leitner. Ich weiß noch nicht, ob ich den in die Startelf reinsetzen möchte. Der ist super schnell auf jeden Fall. Sehr schön mit anzusehen. Und der kann auch außen halt eben spielen. Also echt ein guter Joker. Ich glaube, ich packe ihn mal für Tim Borowski jetzt schon direkt rein. Der soll auf gar keinen Fall Kapitän sein. Kapitän wird dann Aaron Hunt natürlich sein. So wie es sich auch gehört. Selbstverständlich. Da habe ich noch nicht reingeschaut. Bei den Spieler rollen übrigens. Also du selbstverständlich nicht. Das wird Aaron Hunt hier erledigen. Elfmeter sehen wir. 68 hat Aaron Hunt nur. Ich dachte, das wäre der Elfmeterschütze. Pizarro, Alter. 80. Da brauche ich gar nicht überlegen. Machen wir ihn rein. Freistütze werde ich sowieso halt eben wechseln. Und Marco Marien ist klein genug, um halt ihm die Eckbälle hier zu schießen. Das ist soweit ganz in Ordnung, würde ich sagen. Die Bayern haben sich wieder gemeldet. Und ich hoffe, ich kann... Ja, nein, 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 oh! Nein! Scheiße! Was jetzt passiert ist, ich dachte, ich gehe nochmal in dieses Menü rein, wo die Liste der Spieler ist, die ich angefragt habe, sodass ich neu anfragen kann. Jetzt hat er es einfach direkt losgeschickt. Und ich wollte mich gerade so richtig darüber freuen, dass die das noch nicht so abgelehnt haben, dass die gar nicht mehr bereit sind, mir in die Transferverhandlung reinzugehen. Ich weiß nicht, was wir jetzt losgeschickt haben. Ich glaube, dasselbe Angebot einfach nochmal. Und wir stehen jetzt kurz vor dem ersten Testspiel unserer Saison, ey. Scheiße! Was für ein dummer Fehler von mir, ey! Was sehen wir? Dortmund hat auch nochmal gesagt, inakzeptabel. Wir sehen 4,4 Millionen Euro. Jetzt gucken wir mal. Ne, der hat, glaube ich, nochmal genau dasselbe Angebot nochmal losgeschickt. Ich glaube, das wird dann auf jeden Fall abgelehnt. Von daher, wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger. 75 Stärke ist top. Gefällt mir richtig gut. Kann auch noch stärker werden. Wir machen einfach mal die geforderte Summe, die sie haben wollen. 4,4 Millionen Euro. Ich schicke das jetzt los, damit wir auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger haben. Weil ich glaube, das mit Badstuber wird jetzt erstmal nichts. So, Freunde! Wir sehen hier schon mal richtig. Übrigens im Bild sehen wir Per Mertesacker, auch ein Innenverteidiger, ne? Ähm, sehen wir. Es geht jetzt ran gegen PSG. Ich werde dieses Spiel aber selbstständig simulieren. Und wer die Simulation von damals nicht kennt, das ist echt cool gemacht. Die Mannschaft steht soweit. Wir gucken uns mal die Mannschaft an von PSG. Und wir sehen da Matuidis da zum Beispiel. Gamero sehen wir unter anderem. Die anderen Namen. Sakko kenne ich auf jeden Fall noch. Der hat mal bei Arsenal dann gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Pastore sagt mir auch noch was. Aber ansonsten ist es noch eine ganz andere Mannschaft als das, was wir von PSG sonst kennen. Und es müsste doch so gewesen sein, dass man doch jetzt beim Simulieren aufwärmen und so, dass das Spiel so Minute für Minute doch so durchgespielt wird. Oder dass man Dreieck drückt, damit das komplett schnell simuliert wird, oder? Genau. Anatovic direkt gelbe Karte, erste Minute. Das hat sich nichts geändert. Gamero mit dem 1-0! Och, ne! Aber ich meine, okay, PSG ist die bessere Mannschaft. Darüber wollen wir gar nicht drüber diskutieren, ne? Aber so war damals die Simulation. Das war immer super spannend für mich, da mit dabei zu sitzen. Jede Sekunde, eine Minute im Spiel und so. Das war immer krass. 2-0 schon. Scheiße, komm, wir überspringen das Ganze. Am Ende ist es ein 2-0 eben gewesen. Der gegnerische Keeper hat sich noch verletzt. Das ist, kann ich mich noch dran erinnern, auch oft passiert, glaube ich, dass Keeper sich sogar verletzt haben. Ich kann mich daran erinnern, bei den ganzen alten Karriere-Modis damals, dass meine Keeper sich immer verletzt haben. Transferung wurde von Queens Park Rangers. Bönisch. Den möchte ich ja gehen lassen. Hat den Marktwirt von 1,4 Millionen Euro. Bieten 1,4 Millionen Euro. Werde ich aber Nein sagen, weil die können auf jeden Fall mehr Geld drauflegen. Würde ich sagen. 1,7 Stärke, 24 Jahre jung ist er. Von daher, ich glaube, vor allen Dingen gerade für eine Premier League Mannschaft, die können auf jeden Fall mehr Geld drauflegen. Können sie wirklich? Ich hatte recht gehabt. 1,7 Millionen Euro, bin ich ehrlich mit euch, das werde ich direkt akzeptieren. Ist in Ordnung, 300.000 Euro mehr, als er wert ist. Das ist gutes Geld, was bei uns in die Bank fließt. Wir sehen aus dem Borussia Dortmund hat das Angebot für Felipe Santana angenommen. Wie ich finde, ist das auch ein Angebot, was wir, glaube ich, so direkt mitnehmen können. Da ist mir Badstube relativ egal. Ich weiß, Badstube hat wahrscheinlich ein besseres Potenzial, weil er noch jünger ist, keine Frage. Aber ich möchte auch nicht extrem viel Geld ausgeben. Und wir sehen es auch oben rechts, es sind andere Vereine auch hinter Felipe Santana unterwegs. Und der bringt uns ja jetzt schon direkt in eine gute Position. Der Prüdel hat eine 72 Stärke, Papastatopoulos 74, der hat 75. Das ist eine Top-Steigerung, wie ich finde. Wir machen mal genau das, was hier so eigentlich, ja, komm, wir schicken das direkt so ab, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier, Vertragsangebot gemacht. Da brauche ich gar nicht groß irgendwas rumrotieren von der Menge des Gehalts. Das sind so 15.000 Euro, das ist so wenig. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Okay, Bayern München ist aber trotzdem noch bereit, weiterhin mit uns in die Verhandlungen reinzugehen. Die wollen 5,5 Millionen Euro für ihn haben. Ich habe ehrlicherweise eher damit gerechnet, dass die jetzt sagen, nö, dann machen wir gar kein Transfer mehr. Dann ist Badstube dann doch wieder im Rennen, finde ich. Das geht echt krass hinterher. Wisst ihr was? 5,5 Millionen Euro. Wir kriegen jetzt 1,7 Millionen Euro noch von Bönisch. Ich schicke das mal ab, weil ich glaube, wir können immer noch bei Felipe Santana dann Nein sagen und keinen Stempel darauf geben. Ich simuliere mal weiter. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil ich glaube, ich würde Holger Badstube dann trotzdem noch nehmen. Boah, ist halt schwer zu sagen. Das ist immer so die Sache. Dann würde ich in dieser Situation gerne streamen oder so, damit ich eure Meinung direkt einfließen lassen kann, weil jetzt muss ich das alleine machen. Felipe Santana hat sowieso abgelehnt. Wieso das denn? Er denkt, er ist nicht die Idealbesetzung für diese Position. Was bist du? Was? Wie nicht die Idealbesetzung für diese Position? Natürlich bist du das. Du bist der zweitbeste Infanteriker. Hä? Willst du mehr Geld haben oder so? Ich will ihn schon überzeugen. Weil die Sache ist halt die, wenn wir Holger Badstuber nicht kriegen, dann stehe ich leer da. Von daher komm. 19.000 Euro. Wir haben noch genug Gehaltsbudget. Spieler verkauft. Bönisch. Wir haben nochmal Geld bekommen. Sehr schön. Oh Gott. Ich hoffe, das gibt jetzt hier keine großen Probleme. Felipe Santana, ich bleibe. Felipe Santana hat einen Wechsel zu Werder Bremen abgelehnt und will bei Borussia Dortmund bleiben. Ich werde meinen Vertrag mit Borussia Dortmund erfüllen und dann über meine Zukunft nachdenken. Aber vorerst will ich den Verein nicht verlassen. Ob Geld den Jungen nicht vielleicht doch ummünzen kann? Kann vielleicht auch egal sein, wenn wir Holger Badstuber bekommen. Akzeptiert wurde das Ganze von Bayern München. Jetzt heißt es nur noch, ihn davon zu überzeugen, hier zu lassen. Der Vorschlag vom Geschäftsführer ist 20.000 Euro zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch mehr verdienen möchte. Wir haben genug Gehaltsbudget. Auf jeden Fall. Wir machen mal 25.000 Euro. Länge vier Jahre wird vorgeschlagen. Von daher, wir gehen das einfach mal ein. 5.000 Euro mehr als das, was vorgeschlagen wird. Boah, ich hoffe, dass das so funktionieren kann. So, nächste Partie gegen eine Mannschaft, die ich so gar nicht erkennen kann vom Logo her. Wir simulieren das Ganze selbstverständlich auch wieder. Das ist St. Mirren. Kenne ich gar nicht? Also sagt mir nix. Wenn ich mir die Spieler Namen so anschaue, würde ich sagen Schottland oder Irland. Aber kein... Ja, Irland wahrscheinlich eher. Keine Ahnung. Die Mannschaft kenne ich nicht. Ich hoffe, dass wir gewinnen werden dann. Nein, wir haben verloren. Gegen irgendeine No-Name-Mannschaft. Sage ich jetzt einfach so. Wahrscheinlich ist es am Ende so eine richtig bekannte. Wesley hat zwar ein Tor geschossen, aber es wird einfach kein Zeichen bei ihm angezeigt. Scheiße. 2 zu 1 verloren. Das ist auch nicht gut für die Moral. Und auch nicht gut wahrscheinlich... Didier Jaconan hat ein Tor geschossen für ein Over 96. Kennt ihr die Legende noch? Didier Jaconan. Wie geil, bitte. Wir sehen es. St. Mirren besiegen Werder Bremen. Die anderen waren einfach besser, meinte der Werder Bremen-Manager. Wir haben uns nicht so gute Chancen rausgearbeitet. wie St. Mirren. Ja, das ist eine sehr zurückhaltende Ansage in der Pressekonferenz, würde ich mal meinen. Philippe Santana hat es schon wieder abgelehnt. Liegt es vielleicht daran, dass eben der bei Dortmund spielt, möchte mit einem erfahreneren Trainer arbeiten. Vielleicht kann man ihn finanziell überzeugen. Also ich gebe ihm noch mehr Geld. Kann vielleicht auch daran liegen, dass er halt bei Borussia Dortmund spielt und da halt nicht wechseln möchte zu einer Mannschaft wie Werder Bremen. Kann ich ja nachvollziehen. Da sind einfach zwei unterschiedliche Prestige angesagt. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir ihn wirklich noch... Ich hoffe, wir können ihn noch überzeugen. Was geht sonst hier noch so ab? Wir sehen übrigens, Fans erwarten Meisterschaft von Bayern München. Nürnbergplatz im Mittelfeld. Habe ich Nürnbergfans hier, die zuschauen? Saisonpognose, siebter Platz. Junge. Alter, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Wow. Davon würden, glaube ich, die Fans vom Klub heutzutage träumen. Das darf nicht wahr sein. Hier wird alles abgelehnt. Langjähriger Rivale. Was? Langjähriger Rivale? Achso. Nee. Aber das hat doch gar nichts damit zu tun. Okay. Finanziell überzeugen, weißt du was? Das machen wir jetzt. Wir rasten jetzt komplett aus. Ich habe so viel Gehaltsbudget, ist mir gerade aufgefallen, dass wir mal richtig auf die Kacke hauen können. 33.000 Euro. 13.000 Euro mehr. Das musst du doch jetzt mal scheppern. Jetzt müssen wir doch mal endlich mehr... Ja, das kann doch nicht sein, dass wir keine Spieler hier kaufen können. So, Schalke möchte bei uns einen Spieler kaufen. Wesley. Hohoho. 4,2 Millionen Euro. Also Wesley ist viel, viel mehr wert. Und vor allen Dingen Rivale. Wenn die das als Argument sehen, alle in der Bundesliga, nehme ich das jetzt auch als Argument. Von daher, nein. Da müsst ihr richtig viel Geld noch mit drauflegen, Freunde. Jetzt habe ich die Situation, wo Felipe Santana das Angebot akzeptiert hat. Mhm. Aber ich werde noch zögern auf jeden Fall. Ich werde noch auf Zögern setzen. Ich glaube, ich muss schnell sein, weil es hieß, glaube ich, dass da andere Spieler auch hinter ihm her sind. Aber ich werde erst mal verzögern. Ich werde gucken, was Holger Badstuber nämlich sagt. Hertha BSC möchte auch einen Spieler haben. Avdic wird schon wieder hier angefragt. Aber schon wieder unter seinem Marktwert. Das werde ich nicht machen, weil der ist noch relativ jung. Ihr müsst auf jeden Fall mindestens seinen Marktwert anfragen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich werde ihn nicht für so wenig verkaufen. Badstuber hat schon wieder abgelehnt. Wie viel Geld willst du denn haben? Oh, nee. Dann werde ich, glaube ich, Felipe Santana nehmen. Weil das wird mir zu teuer. Ich kann jetzt auch nicht komplett übertreiben. Guck mal, Wesley habe ich gerade gesehen. Der hat ja eine 77 Stärke und der verdient bei uns 30.000 Euro. Ich weiß, Badstuber ist relativ jung. Aber ihn jetzt schon so früh so viel mehr Gehalt zu geben. Guck dir das mal an. Aktuell 20.000 Euro. Ich habe ihm 33.000 Euro angeboten und er nimmt es nicht an. Das wäre ja doof von mir, wie ich finde. Naja, das kann ich nicht machen. Von daher, ich glaube, ich werde Felipe Santana jetzt akzeptieren. Dann haben wir den Innenverteidiger. Der kann ja auch immer noch besser werden. Wir haben noch ganz gut Transferbudget dann. Das heißt also, ich kann eure Ideen mit einbeziehen oder besser mit einbeziehen. Von daher, wir schicken das mal ab. Und damit wäre Felipe Santana ein neuer Spieler bei uns. So ist es auch. Neuverpflichtung. Schalke 04 sagt, die wollen Wesley dann doch nicht holen. Na gut, verstehe ich gar nicht. Also wer so wenig Geld anbietet und so, ist ja schon fast frech von denen. Und der wird dann für Prödel eingesetzt. Geil. Felipe Santana bei uns. Nächster Neuzugang. Das läuft gerade irgendwie ein bisschen zu gut. Prödel nämlich auch mit über Wolf, würde ich sagen. Weil Prödel ist auch noch relativ jung. Und der kann besser... Oder nee, über Silvestre auf jeden Fall. Sorry. Über Silvestre würde ich sagen. Weil wir brauchen eh nur Innenverteidiger, um die Dreikette hier aufrecht zu halten. Felipe Santana. Ist auch relativ schnell, sehen wir hier. Stark ist er. Geil, ey. Mega, mega gut, wie gut das jetzt hier gerade funktioniert. Und was jetzt noch aussteht, ist ein Spiel gegen Coventry City, Freunde. Sieht man da irgendwelche Namen, die man so kennt? Bestimmt sind da irgendwelche, oder? O'Donovan sagt man auf jeden Fall. Nee, Donovan? War das nicht einer? Ist das nicht diese MLS-Legende? Nee, O'Donovan heißt er, glaube ich, gar nicht. Also jetzt wird es auch Zeit, dass wir halt uns einen Sieg herholen. Ich werde jetzt mal nicht sofort wegsimulieren, sondern ich werde erst mal gucken, was jetzt hier passiert. Felipe Santana hat sogar schon passenderweise die Nummer 2 bekommen. Finde ich sehr cool. Wesley hat die Nummer 5, hatte er die damals auch bei Werder Bremen? Das weiß ich jetzt so gerade gar nicht. Klingt für mich ein bisschen komisch, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also es muss auf jeden Fall, jawohl, Pizarro eröffnet das Spiel mit dem 1-0. Diege mit der gelben Karte. Anautowitsch zum 2-0, Junge, geil. Jetzt kann ich überspringen. 3-0 gewinnen wir am Ende gegen Coventry City. Das heißt, das letzte Testspiel jetzt hier mit einer guten Moral, wie ich finde, können wir dann also reinsteigen in die Saison, ins erste Saisonspiel. Mega. Köln hat gewonnen gegen Manchester City. Was? Verrückt. Espanyol kommt nochmal um die Ecke. Sorry. West, 8,5 Millionen Euro. Und Schalke kommt mit 4 Millionen. Okay. Das ist mega, mega viel Geld. Das ist richtig, richtig viel Geld. Und wisst ihr was? Ich werde euch entscheiden lassen. Meine Damen und Herren, das hier heute war die allererste Episode unseres FIFA 12 Abenteuers mit der Retro-Karriere zu Werder Bremen. Ihr schreibt mir in die Kommentare, soll ich das Angebot annehmen, soll ich es vielleicht ablehnen, darauf hoffen, dass die vielleicht sogar noch mehr Geld machen oder das Risiko auch eingehen, dass die sagen, nee, dann werden wir den Spieler nicht weiterbeziehen, weil 8,5 Millionen Euro ist extrem viel Geld. Guck mal, wir hätten dann ein Transferbudget von 17,7 Millionen Euro und dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viele Spieler oder dann haben wir eine Möglichkeit, viele Spieler uns zu holen. Das wollte ich damit sagen und Wesley auch vielleicht gut zu ersetzen. Oder wir lassen das nicht, weil Wesley ist noch im guten Fußballalter. 77 Stärke ist sehr krass, vom Spielertyp her ist er auch ziemlich cool. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde sagen, zögern und werde euch rauslassen für den heutigen Tag. Meine Damen und Herren, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss und macht es jut.